In Deutschland lieben wir die Freiheit und die Demokratie, die wir als Mensch in diesem Land genießen dürfen. Dies steht für unsere Werte und ist Voraussetzung, um friedlich zusammenleben zu können, unabhängig von Religion, Ethnie oder Herkunft. In den letzten Jahrzehnten und vor allem beim Anschlag in Mannheim diesen Jahres wurde jedoch deutlich, dass Terrorismus und Radikalisierung ein fast ausschließlich islamisches Problem ist. Doch wie kommt es eigentlich zur Radikalisierung? In den allermeisten Fällen ist es ein schleichender Prozess, in dem eine Person Schritt für Schritt extreme politische, soziale oder religiöse Einstellungen und Überzeugungen entwickelt. Im Falle einer islamistischen Radikalisierung betrifft dies vor allem den religiösen Bereich. Der afghanische Attentäter von Mannheim zum Beispiel war bereits zehn Jahre in Deutschland, bevor er seinen Hass auf Andersgläubige in Gewalt und Mord umgemünzt hat. Daran sieht man, dass sich Moslems auch nach Jahren noch radikalisieren können. Über die Zeit entfernt man sich immer weiter von vorherrschenden gesellschaftlichen Normen. In Folge werden dann Werte wie Freiheit und Demokratie strikt abgelehnt. Dies kann sogar so weit führen, dass diese Radikalisierung zu verfassungsfeindlichen, kriegerischen oder sogar terroristischen Aktionen führen kann. Das merken wir an der Ablehnung des Rechtsstaats, an zunehmenden Messerattacken, aber auch an die terroristischen Anschlägen. Man unterreicht aber auch eine einzige negative Bemerkung über den Koran oder den Propheten Mohammed aus, um eine gewalttätige oder terroristische Aktion auszulösen. Der kulturelle Unterschied zwischen westlicher und orientaler Welt macht die Sache natürlich nicht leichter. Hierbei wird gerade fehlende Integration zum Gastgeberland Radikalisierung fördern. Je weniger man die Werte eines Landes verinnerlicht hat, und je größer der kulturelle und religiöse Unterschied zwischen Heimat und Gastgeberland ist, desto leichter fällt es, sich davon abzugrenzen. Bildungsferne ist ebenfalls ein Thema, welches sich hier nur kurz anschneiden möchte. Je ungebildeter ein Mensch ist, desto weniger wird er hinterfragen und politische oder religiöse Meinungen, auch wenn sie radikal sind, eher annehmen. Deshalb wird Bildung in muslimischen Staaten, wo der politische Islam herrscht, nicht gerade groß geschrieben. Das wird in Staaten, wo die Scharia herrscht, besonders deutlich. Dort finden es Menschen in Ordnung, wenn Dieben die Hand abgehakt wird oder Töchter gesteinigt werden, die nicht den Mann heiraten wollen, den die Familie für sie vorgesehen hat. Das sind barbarische Methoden, die aber in streng islamisch-religiösen Staaten Gang und Gebe sind. Grundlegend sind aber der Koran und andere islamische Schriften das Hauptproblem, in denen sich gewaltverherrlichende Verse stehen. Die Moslems, die sich radikalisieren, berufen sich genau auf diese Verse und führen diese in die Tat um. Der IS ist das beste Beispiel, wie eine Religion Krieg und Zerstörung in die Welt bringen kann. Wenn ein heiliges Buch anderen Religionen das Existenzrecht abspricht und anders Gläubige verteufelt, kann das nur zu Gewalt führen, wenn der Gläubige seine Schriften ernst nimmt. Auch vor dem eigenen Märtyrer-Tod strecken viele nicht zurück, da sie, wie im Koran beschrieben, ins Paradies kommen und mit 72 Jungfrauen belohnt werden, wenn sie mit ihrer Aktion Ungläubige getötet haben. Nicht ihr habt sie getötet, sondern Allah hat sie getötet, Sura 8, Vers 17. Damit wird dem Mörder sogar noch das schlechte Gewissen beim Töten genommen. Wir sehen also, dass das Gewaltpotenzial umso größer ist, je gläubiger ein Moslem ist. Das Problem beschränkt sich auch fast ausschließlich nur auf den Islam und den Koran. Andere religiöse Schriften wie die Bibel berufen sich nicht auf Gewalt und können deshalb nicht als Anlass für Attentate herangezogen werden. Viele Deutsche mit islamischem Hintergrund haben sich damals dem IS angeschlossen. Das allein zeigt schon, wie verbreitet dieses ideologische Gedankengut ist. Ob jetzt mit oder ohne Migrationshintergrund, spielt da eher eine untergeordnete Rolle. Doch was sind außer dem Koran weitere Voraussetzungen für eine Radikalisierung? Dafür müssen wir etwas tiefer in die Materie eindringen, um den Kern der Radikalisierung aufzudecken. Grundsätzlich beginnt diese in den Moscheen und den Koranschulen und kann somit schon bei jungen Muslimen und Muslimen angewendet werden. Vor allem die TIP-Moscheen, um die 1000 an der Zahl, machen hier einen Großteil der Moscheen in Deutschland aus und bilden allein durch die schiere Anzahl ein flächendeckendes Strippennetz des radikal-politischen Islams. Die jungen Muslime werden faktisch zu Gegnern des deutschen Rechtsstaates erzogen. Diese TIP-Moscheen stehen fest in der Hand des türkischen Präsidenten Erdogan, der die Türkei zu einem islamischen Staat systematisch umbauen möchte, wo letztlich die streng religiösen Gesetze der Scharia herrschen sollen. Die Gemeinsamkeiten zum IS werden zunehmend sichtbarer. Aussagen von Erdogan, dass sich die Türken in Deutschland nicht assimilieren, sprich nicht anpassen sollen, zeigt deutlich das Problem auf, warum eine Integration von Deutschen mit türkischem bzw. islamischem Hintergrund aktuell sehr schwierig ist. Die systematische Gehirnwäsche des politischen Islams, der vergleichbar mit der Ideologie des Nationalsozialismus des Dritten Reiches ist, findet statt und verhindert zunehmend ein friedliches Zusammenleben in Deutschland. Die TIP-Moscheen werden hierbei ausschließlich von türkischen Imamen besetzt, die eine absolute Nähe zu Präsident Erdogan und seinem religiösen Gedankengut besitzen. Die Anweisungen für die Predigten kommen hierbei direkt aus Ankara von der Diyanet, der türkischen Religionsbehörde. Ziel ist es, die türkisch- und islamstämmige Bevölkerung in Deutschland mit dem radikalen Gedankengut des politischen Islams zu besehlen, um dessen Macht weiter auszudehnen. Dieser beinhaltet kurz gesagt Hass, Unterdrückung und Gewalt an Andersgläubige. Dass dieses Gedankengut, was sich, wie schon erwähnt, auch im Koran wiederfindet, natürlich nicht zu einer Integration an westliche Werte beiträgt, sollte jedem klar sein. Auch die Unterwanderung in der Politik durch türkische Funktionäre wie Vural Öger sowie ein Hufieren der extremistischen Bewegung der Grauen Wölfe seitens der deutschen Politik kann nur zu weiteren Problemen und Eskalationen führen. Wir sehen also, dass Moscheen, der Einfluss des politischen Islams innerhalb Deutschlands und die gewaltverherrlichenden Verse des Koran maßgeblich verantwortlich dafür sind, dass eine Radikalisierung von jungen Muslimen in Deutschland stattfindet. Moscheen, die radikal-islamisches Gedankengut verbreiten, müssen knallhart verboten werden. Mit dem Verbot des islamischen Zentrums in Hamburg vor einigen Tagen geht man schon mal in die richtige Richtung. Auch eine Wende in der Migrationspolitik mit bedingungsloser Remigration straffällig gewordener Flüchtlinge muss stattfinden, damit sie die Zustände in Deutschland wieder normalisieren können. Anzumerken ist, dass wir nicht alle Moslems mit diesen Äußerungen ansprechen. Muslime, die sich an die Gesetze in Deutschland halten und sich mit den westlichen Werten verbunden fühlen, sollten sich nicht von diesen Aussagen angesprochen fühlen. Menschen, die sich integriert haben, ganz gleich welcher Couleur, sind in diesem Land herzlich willkommen. Mit diesen Worten möchte ich Schluss machen und bitte euch, meine Arbeit und Aufklärung mit Daumen und oder Abo zu unterstützen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bleibt gesund und kritisch. Bis zur nächsten Folge. Untertitelung des ZDF, 2020